So, willkommen zurück. Wir haben eben gerade da vorne den einen Boy erledigt. Und sind jetzt drauf und dran, den anderen da hinten. Auch noch Platz zu machen. Okay, jetzt wissen sie, wo wir sind. Scheint auch nur noch der eine zu sein, da unten. Zack. In Ordnung. Jetzt halt die Frage, kriegen wir hier von da oben die Boys da drüben auch? Das wäre halt überragend. Na, gucken wir mal, was passiert. Ey. Nebelwerfer sind wir los. Aus der Hüfte. Zack. Und da unten sind ja auch zwei. Was kommen die denn jetzt hier? Also ein Bonus fürs leise sein kriegen wir definitiv nicht. Ausrücken. Ausrücken. ich treffe mich Alter! Einfach nur schlecht. Aber auch, Gott. Mein Gott. Das ist eine Mission zum Vergessen. Stolpermine. Wenn wir hier rumstolpern, brauchen wir hier gar nichts an Wien. Okay. Jetzt haben wir hier nur noch die da vorne. Und die kriegen wir von hier nicht, ne? Die so weit hier nicht rauslaufen. Und ist das Ding explodiert? Oh Gott. Hier sehe ich nicht. Wer darf mich schießen? Da hinten ist noch einer. Das will ein Kalle, Alter. Egal, ich will jetzt die Mission hier fertig machen. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Hier ist ein Tresor, da müssen wir nicht hin. Ja, was, was sollen wir denn machen? Können wir hier noch irgendwas einsammeln? Mehr Ziele haben wir erreicht, aber... Ah, hier gibt es noch Munition. Ah, ein Problem ist noch mal der Buma. Oh Gott Müsst du da drin garantiert Irgendwas noch finden oder so Kann ja nicht sein Ähm Naja, aber ich seh hier auch nichts mehr Ecke auf, wobei es sich um den Projekt Seuche handelt Nö, ich find hier nix mehr Geht's hier noch irgendwo bei Nö Okay Dann gucken wir, dass wir da hinten Den Ding noch platt machen Und dann Ja, eigentlich fahren Das ist ein bisschen schade, dass ich mir Autos fahren kann Kann ich da durchgehen? Was ist denn da raus? Hier Hoppla Wird's geleckt Cool, natürlich die völlig falsche Richtung Und? Gedenkt mir am Himmel. Am Den Abel zit er nog. Ja. Es wäre geschickter, wenn wir da vielleicht von hinten ran gehen, oder? Andere haben wir auch. Die lagen wir jetzt schön hoch. So. Okay, optionale Ziele habe ich abgeschlossen, aber da muss es doch noch irgendwas geben. Da muss ich doch noch irgendwo hin, das kann doch nicht sein. Gibt es noch was? Ich bin ein Held. Geh halt aus dem Feuer raus, du Kasper. So. Einmal fix heilen und dann... Das wird doch noch mal dahin zurück, oder? Optionale Ziele habe ich, Sammelkarten, Scharfschützennester, Kriegstagebücher, Weitschüsse. Ja. Aber wo jetzt weiter? Das wird mir ja auch gerade nichts angezeigt. Im Hauptquartier waren wir drin. Wo kam der denn jetzt her? Wo kam der denn jetzt her? Alter. Machen jetzt die da drüben noch glatt die drei? Da gibt es Munition. Okay. Wo komme ich denn da jetzt raus? Bei den Boys. Nice. Natürlich. Jetzt gehen sie wieder alles stiften. Ich bin kein Problem. Shit. 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 weitersuchen er muss ganz in der nähe sein wenn er hier ist wird irgendeiner war noch hier da hinten da renn doch Gott, das will so viel Medipacks, habe ich noch nie gebraucht in irgendeiner Mission, die war echt schlecht. Hier haben wir echt schlecht gemacht, so, die Frage ist, wo muss ich denn jetzt hin? Wo haben wir alles platt gemacht? Oh Gott, ins Feuer gelaufen, ist hier vielleicht noch weiter? Flacheldraht, hier geht es nicht weiter. Mit allem, ich habe keinen Plan. Hast du Schlachtfelden? Das Teil ist auch hochgegangen, keine Ahnung warum, das haben wir gar nicht geschossen. Also muss es hier noch irgendwas im Hauptquartier geben. Anders kann es ja nicht sein. Aber war vorhin nicht gelesen, das war vielleicht mein Fehler. Also, ich muss mich im Projekt solche kümmern, werde die letzte Phase des Baus persönlich vor Ort leiten. Ausein bekommt er die Kombination für den Tresor für den Fall, dass er ihn halt erforderlich sein sollte. Nur noch Hinweisen auf die Tresorkombination. Ach, natürlich, ganz da hinten. Na dann, auf geht's. Das ist doch noch ein bisschen. Was ist das? Jetzt kommen natürlich wieder keine Flugzeuge, ne? Hm. So viel Dynamite und auch Stolperminen und sowas. Jetzt wieder anbringen. Dann probiere ich jetzt so mit der Handgranate. Okay. Zum Sergeant befördert. Jetzt kommen sie. Die Flieger. Zum Teufel steckt der. Hahaha. Okay. Will ich die ganze Zeit nachrichten? So. Der Ball ist da drüben, ne? Komme ich hier raus, wenn ich... Benutze mal dein Fernglas. 50 Meter dahin. Okay. Das muss man holen machen. Oh, da sitzt du dann, oder? Das wird gut aus. Okay, da sitzt. Oh, da ist die Flieger. Also, da ist das. Der ist weg. Die Flieger. Der ist weg. Oh, da ist weg. Das ist weg. Er ist weg. Der ist weg. so läuft die kombination für den das haben wir jetzt beigefügt hier ist noch irgendwo einer wir gehen jetzt mal zurück zum Tresor mal gucken ob die Mission dann zu Ende ist so wo muss ich denn jetzt hin oh Gott nein das Ziel jetzt ok dann müssen wir das doch in der nächsten Folge machen dann geht es genau hier weiter bis dahin tschau tschau so 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 so